Ob Jaina wohl genervt war, als ihre Arbeitskollegin sie gebeten hat, noch mal zum Geschäft zurückzufahren, weil sie ihren Ausweis dort vergessen hat? Oder war es für sie selbstverständlich, das zu tun? So oder so, gedankt wurde es ihr nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Heute geht es um einen Fall in einem Lululemon Store. Ich weiß nicht, vielleicht kennen den schon viele von euch. Ich kann das immer total schwer abschätzen, ob der Fall bekannt ist oder nicht hier in Deutschland. Vielleicht sagen einige von euch jetzt, ja klar, kenne ich. Und andere sagen wahrscheinlich, what the fuck is Lululemon? Mir ging es jedenfalls so, ich hatte das noch nie gehört. Das handelt sich dabei um ein Geschäft. Das ist so eine Art Yoga-Laden, beziehungsweise ein Zubehörladen, wo man halt so Klamotten kaufen kann, Leggings, T-Shirts und so weiter. Die sind nicht ganz günstig übrigens, die gehen so ab 80 Euro los. Also kein Wunder, dass ich noch nicht davon gehört habe, weil Yoga, nö, Leggings, nö und Klamotten ab 80 Euro, nö, 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 nö. Aber ich erzähle euch einfach mal, worum es geht. Wir sind in den USA und zwar in Bethesda, Maryland und es ist der 11. März 2011. Brittany Nowwood und ihre Kollegin Jaina Murray haben die letzte Schicht im Lululemon Store. Es ist schon kurz nach halb 10 und das Geschäft ist schon geschlossen. Sie räumen noch ein bisschen auf, bevor sie dann das Geschäft verlassen. Jaina schließt sehr sorgfältig ab. Sie ist dafür verantwortlich. Sie hat den Schlüssel und die beiden machen sich auf den Weg. Jaina geht zu ihrem Auto und Brittany läuft in Richtung U-Bahn-Station los. Jaina Murray ist 30 Jahre alt. Sie ist sehr ehrgeizig und sie ist so ein bisschen ein Adrenalin-Junkie. Ihre abenteuerliche Seite gleicht sie dann gerne mit Yoga aus. Deshalb ist dieser Job in diesem Yoga-Store so perfekt für sie. Sie ist beliebt bei all ihren Kolleginnen und sie ist ein richtiges Energiebündel. Die Energie scheint ihr nie auszugehen. Sie ist sehr extrovertiv, sie ist unternehmungslustig und sie ist immer für ein Abenteuer zu haben. Fernreisen, Fallschirmspringen, Bungee-Jumping. Sie probiert alles aus und sie kostet ihr Leben in vollen Zügen aus. Brittany Norwood ist 28 Jahre alt und sie kommt aus einer großen Familie. Sie hat noch acht weitere Geschwister, vier Brüder, vier Schwestern und es scheint eine sehr glückliche Familie zu sein. Sie war immer gut in der Schule, sie liebt Sport, ganz besonders Fußball. Sie ist sogar eine Zeit lang in einer Fußballmannschaft. Jetzt keine Ahnung, ob die irgendwie, wie das da ist mit Liga und so weiter. Ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht aus. Aber es war jetzt nicht ganz unerfolgreich. Also es war schon nicht nur so eine Hobby-Sportmannschaft. Brittany ist sehr ambitioniert. Sie möchte mit Sport auch weitermachen. Sie möchte gerne Fitnesstrainerin werden, aber nicht nur das, sondern sie möchte auch ihr eigenes Fitnessstudio irgendwann aufmachen. Den Job bei Lululemon sieht sie dabei so ein bisschen als Sprungbrett in diese Richtung an. Als Brittany nun auf dem Weg zur U-Bahn bemerkt, dass sie ihren Fahrausweis vergessen hat, ruft sie ihre Kollegin Jaina an und fragt sie, ob sie eventuell nochmal zum Shop kommen könnte und sie reinlassen könnte. Denn nur Jaina hat die Schlüssel. Und diese ist tatsächlich bereit, nochmal zurückzufahren und Brittany aufzuschließen. Brittany wartet also vor dem Geschäft auf Jaina und als diese da mit dem Auto vorfährt, sie parkt das Auto gleich dort in zweiter Reihe und die beiden gehen rein, lassen auch die Tür hinter sich offen. Also sie haben nicht vor, lange dort zu bleiben. Sie wollen ja nur schnell rein und wieder raus. Als am nächsten Morgen, also dem 12. März, die Geschäftsführerin des Lululemon Stores morgens zum Store kommt und den aufschließen möchte, so wie sie das jeden Tag tut, es ist kurz vor acht, findet sie den Laden unverschlossen vor. Das ist natürlich nicht gut. Sie denkt aber im ersten Moment, dass da jemand geschlampt hat, dass Jaina vielleicht nicht aufgepasst hat, nicht ordentlich abgeschlossen hat. Das wäre zwar ungewöhnlich für sie, aber das ist also die erste Erklärung, die ihr einfällt. Sie macht die Tür auf, sie geht in den Shop hinein und da sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Der Laden ist zwar jetzt nicht komplett verwüstet oder so, aber es liegen Dinge auf dem Boden, es liegen T-Shirts auf dem Boden, das ist eine Schaufensterpuppe umgeschmissen. Also man sieht deutlich, irgendwas ist hier nicht in Ordnung und es sieht auch nicht unbedingt so aus, als hätten die beiden Verkäuferinnen am Abend einfach geschlampt und nicht aufgeräumt, sondern es sieht schon sehr verdächtig aus. Rachel geht also, was ja auch total vernünftig ist, wieder raus aus dem Geschäft und holt ihr Handy hervor. Sie wirkt jetzt einigermaßen panisch und das fällt jemandem auf. Neben diesem Lululemon Store ist nämlich ein Apple Store. Und vor diesem Apple Store stehen auch mehrere Leute, denn an diesem Tag wird irgendein neues iPad rausgebracht und die stehen da im Schlange, weil sie sich das sichern wollen. Und einer dieser Menschen ist Ryan, er ist ein junger Mann. Es gibt auch eine andere Story, dass er in dem Apple Store arbeitet, das glaube ich aber gar nicht. Ich glaube, er stand da an, weil er eben gewartet hat, wie die anderen auch. Und ihm fällt eben Rachel ins Auge, er sieht, dass sie irgendwie verstört ist und er spricht sie an und fragt, ob er ihr helfen kann. Und Rachel sagt ihm, ja, es ist irgendwie komisch und sagt ihm eben, was passiert ist und daraufhin bietet er an, mit ihr in das Geschäft zu gehen. Parallel dazu ist Rachel auch am Telefon mit dem Polizeinotruf und schlägt Alarm. Die beiden gehen also hinein und gehen dann ein Stück weiter, also in den hinteren Bereich, wo die Kassen sind. Und dort ist schnell klar, die Kassen sind offen, die Kassen sind leer, auch die Tür des Safes ist offen und auch der Safe ist leer. Ganz offensichtlich handelt es sich also um einen Raubüberfall. Die beiden gehen ein Stück weiter zur Tür, die in die Hinterräume des Geschäfts führt, also in die privaten Räume. Und als sie diese Tür öffnen, bietet sich ein ziemlich verstörendes Bild, denn überall ist Blut. Und noch sieht man nichts auf dem ersten Blick. Rachel bleibt an der Tür stehen, aber Ryan ist mutig und er geht einfach noch ein Stück weiter. Er sieht, da ist viel Blut und er kann sich denken, dass jemand vielleicht Hilfe brauchen könnte. Als er nun in den Raum hinter diesem Gang vordringt, sieht er sofort, da liegt jemand auf dem Boden. Es ist eine Frau, sie liegt auf dem Bauch und rundherum ist jede Menge Blut. Ziemlich schnell hat Ryan den Eindruck, dass er hier nicht mehr helfen kann und er möchte rausgehen, um hier nicht irgendwie was zu zerstören, keine Spuren zu zerstören, wie man das halt in jedem Krimi sieht. Doch als er sich auf den Weg machen will, hört er Geräusche. Und zwar hört er jemanden stöhnen und das kommt aus dem Badezimmer nebenan. Also geht er in das Badezimmer, um zu sehen, ob da jemand seine Hilfe braucht. Und tatsächlich findet er auch hier eine Frau auf dem Boden und jede Menge Blut drum zu. Die Frau ist gefesselt an Händen und Füßen und sie ist aber bei Bewusstsein. Ryan ruft sofort hinaus zu Rachel, dass sie einen Krankenwagen rufen soll. Die ist ja immer noch am Telefon mit der Polizei und gibt das weiter. Und kurz darauf ist halt die Rettung dann auch schon da. Die Sanitäter kommen an. Sie sehen, dass die Frau im Badezimmer eindeutig am Leben ist und Hilfe braucht. Sie sehen ganz offensichtlich eine Platzwunde auf dem Kopf hier vorne, auf der Stirn. Aber sonst können sie es nicht wirklich ausmachen, was ist. Da ist richtig viel Blut. Sie sehen, das sind Schnittwunden am Körper, aber viel mehr können sie da jetzt gar nicht ausmachen. Deswegen bringen sie sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus, damit sie versorgt werden kann. In der Zwischen ist Rachel, also die Geschäftsführerin, auch in der Lage, die beiden zu identifizieren. Es ist schnell klar, dass das ihre beiden Verkäuferinnen sind. Und die Frau im Waschraum, das ist Brittany, die wird jetzt ins Krankenhaus abtransportiert. Die andere Frau ist Jaina Murray und für sie kommt jede Hilfe zu spät. Die Polizei ist natürlich auch vor Ort. Sie stellt jede Menge Beweise sicher. Im Badezimmer findet sie einen massiven Steinbrocken, auf dem Blut klebt. Die Vermutung liegt nahe, dass damit die Platzwunde an Britneys Stirn verursacht wurde. Außerdem wird ein T-Shirt sichergestellt. Das hatte Brittany um den Hals gewickelt. Allerdings jetzt nicht so fest, dass es irgendwie sie stranguliert hätte oder so. Keine Ahnung, warum das da war. Im Hinterzimmer, wo Jaina liegt, sind noch viel mehr Beweisstücke sicherzustellen. Es gibt Butter-Statuen, also die standen da wohl auch in dem Geschäft überall herum als Deko. Eine davon wurde offensichtlich verwendet, um hier zuzuschlagen. Allerdings liegen auch alle möglichen Werkzeuge herum, also von Hammer bis zur Schraubenschlüssel ist irgendwie alles da. Das alles ist übrigens offensichtlich aus einer Werkzeugkiste, die auch zu dem Store gehört, also die Eigentum des Stores ist. Diese Kiste steht eben auch offen herum. Außerdem werden Fußspuren fotografiert, denn quer durch die Räume ziehen sich zwei verschiedene Fußabdrücke, also Spuren, die mehrmals die Räume kreuzen. Und zwar eines davon ist ein eher kleinerer Fuß, also es ist wohl Größe 37 oder 38 und die andere ist sehr groß, nämlich Größe 48. Die großen Abdrücke führen zu einem Waschbecken und enden dort völlig unvermittelt. Möglicherweise hat einer der Täter dort die Schuhe ausgezogen und abgewaschen. Die kleineren Schuhabdrücke führen unter anderem, sie gehen ja kreuz und quer, auch zum Notausgang ganz hinten im Laden. Der Türgriff von diesem Ausgang ist total blutverschmiert, aber als die Ermittler die Tür öffnen und draußen nachsehen, ist da keine Spur von Blut irgendwie oder sonst irgendwas Verdächtiges zu sehen. Im Schloss von diesem Notausgang steckt ein Schlüssel, den auch nur ein Mitarbeiter haben kann. Der wird dazu gebraucht, es ist ein Notausgang, der geht offensichtlich immer auf, aber der löst halt auch einen Alarm aus und um diesen abzustellen, braucht man dann eben diesen Schlüssel. Hat eine der beiden Frauen versucht zu fliehen und wurde aufgehalten? Hat eine der Täter den Alarm aufgelöst und dann eine der Frauen gezwungen, ihn abzustellen? Die Fragen sind offen. Janas Autopsie-Ergebnisse sind schockierend. Sie hat mindestens 331 Verletzungen. Mindestens. Viele dieser Verletzungen überlappen sich und können sich gar nicht wirklich herauskristallisieren. Man kann also gar nicht wirklich feststellen, wie viele Verletzungen sie tatsächlich hat. Aber wie gesagt, mindestens 331. Das sind Schnittverletzungen. Das sind Verletzungen von Schlägen mit einem dumpfen Gegenstand oder mit mehreren dumpfen Gegenständen. Und es sind natürlich jede Menge Abwehrverletzungen auch dabei, denn Jaina hat sich wohl gewehrt. Es stellt sich heraus, dass dieser Kampf, diese Schläge mindestens 17 Minuten gedauert haben müssen. Einfach aus der Anzahl der Schläge heraus und wie schnell man zuschlagen kann. Mindestens 17 Minuten und vermutlich hat sie bis zum letzten Schlag geliebt. Über 200 dieser Verletzungen befinden sich übrigens an Kopf, Hals und Nacken. Brittany hingegen hatte mehr Glück. Ihre Verletzungen sind vor allem Schnittwunden und die meisten davon sind ziemlich oberflächlich und relativ harmlos. Es gibt nur zwei Wunden, die genäht werden müssen. Zum einen die Platzwunde auf dem Kopf und sie hat hier zwischen Daumen und Zeigefinger einen ziemlich tiefen Schnitt erlitten und der musste auch genäht werden. Alles andere wird nur sauber gemacht, damit sie sich nicht infiziert und sie wird noch am gleichen Tag entlassen. Die Polizei möchte sie aber natürlich möglichst schnell sprechen, nicht nur um das Verbrechen möglichst schnell aufklären zu können und zu wissen, was passiert ist, sondern auch sie will sie halt sprechen, solange die Erinnerungen noch möglichst frisch sind. Das ist für Brittany ja jetzt auch klar. Sie ist hilfsbereit und möchte alle Informationen geben, die sie hat. Und so erzählt sie der Polizei, was passiert ist. Sie erzählt, wie sie abgeschlossen haben und losgegangen sind. Sie erzählt, wie sie bemerkt hat, dass ihr Fahrausweis nicht da ist und sie Jaina daraufhin angerufen hat, damit diese ihr nochmal aufschließt. Sie erzählt, dass sie diese Fahrkarte aber dann gar nicht gefunden haben und sich auch nicht so lange dort aufhalten wollten. Und letztendlich hätte Jaina und Brittany auch angeboten, ihr ihren Fahrausweis zu leihen, damit sie nach Hause kommen kann. Und der andere Fahrausweis, der wird dann schon irgendwann auftauchen. Die beiden haben also beschlossen, das Geschäft wieder zu verlassen. Doch als sie zurück zum Eingangsbereich kommen, finden sie die Tür zu. Also sie wissen sicher, sie haben die Tür offen gelassen, aber jetzt ist sie zu. Das kommt ihnen natürlich komisch vor. Es sieht aber nichts verdächtig aus und vielleicht hat auch einfach von außen jemand zugemacht oder was auch immer. Als sie aber die Tür dann öffnen wollten, dann sprangen zwei Männer hinter den Regalen hervor. Beide waren komplett schwarz gekleidet, hatten Skimasken auf. Der eine war sehr groß, der andere eher klein. Sie glaubt, dass es beides weiße Männer waren. Sie kann es aber nicht wirklich sagen. Brittany sagt weiter aus, dass die Männer sich auf sie gestürzt hätten. Jaina ging zwei, drei Schritte vor ihr. Der Größere der Männer hätte sich auf sie gestürzt, während der Kleinere sich ihr zugewandt hat. Der Größere hat Jaina niedergeschlagen und sie dann an den Haaren in den Hinterraum gezehrt. Der Kleinere der Männer schnappte sich Brittany und schubste sie in Richtung der Kassen. Er verlangte von ihr, dass sie die aufmacht und steckte das ganze Geld in seinen Rucksack, das da drinnen war. Und dann schleifte er Brittany nach hinten in den privaten Bereich in den Waschraum. Jaina kann sie nicht sehen, sie hört Kampfgeräusche, sie hört Schreie und Stöhnen, aber sie sieht sie nicht, denn sie ist irgendwie in diesem Waschraum. Und sie hat jetzt auch ein Problem, denn der andere Täter geht nun auf sie los. Er fesselt sie mit Kabelbindern, also an Füßen und an Händen und beginnt sie zu quälen. Also er hat Rasierklingen dabei, er fügt ihr damit unzählige Schnitte zu. Er schlägt auf sie ein und tritt sie und letztendlich schneidet er die Leggings im Schritt auf und vergewaltigt sie. Offensichtlich will der Typ sie verletzen und sie quälen und sie vergewaltigen, er will sie aber nicht umbringen. Der Täter bedroht sie, er sagt, er weiß, wie sie heißt, er weiß, wo sie wohnt, er kennt ihre Adresse, er kennt auch ihre Familie. Und wenn sie irgendwas tut, was ihm nicht passt, dann wird er natürlich nicht nur Britney was antun, sondern auch ihrer Familie. So, Britney ist natürlich schwer traumatisiert. Sie fragt auf der Polizeistation auch immer wieder nach Jaina, wie es ihr geht und ob sie sie besuchen kann. Sie gibt sich natürlich selbst die Schuld an dem, was passiert ist, denn schließlich, wenn sie ihren Ausweis nicht vergessen hätte, dann wären die beiden ja gar nicht dort gewesen und das geht ihr alles ziemlich nahe, ganz offensichtlich. Als nächstes versucht die Polizei natürlich Informationen zu kriegen und sie sucht nach Überwachungsvideos. Der Lululemon Store an sich hat keines, auch nicht draußen und die meisten Geschäfte auch nicht, die sich in dieser Straße befinden. Aber natürlich der Apple Store nebenan, der hat Videoüberwachung. Die reicht natürlich nicht bis zu dem Lululemon Store, aber man sieht eben die Leute, die da dran vorbeigehen. Und tatsächlich sieht man auf diesem Video zwei Männer vorbeigehen. Beide sind schwarz gekleidet, einer ist ziemlich groß, einer ist deutlich kleiner. Die Polizei verfolgt also diese Spur und es stellt sich aber letztendlich heraus, die beiden Männer haben mit der Sache nichts zu tun. Es handelt sich um zwei Kellner, die in einem Restaurant arbeiten, das ein paar Blocks weiter ist. Die befinden sich auf dem Heimweg und die schwarze Kleidung ist schlichtweg ihre Dienstkleidung. Auch die Mitarbeiter von dem Apple Store werden befragt, ob sie was gehört haben, ob sie was gesehen haben. Und tatsächlich haben sie. Also es war auch da schon Ladenschluss und es war schon zu. Die Verkäuferin, die Schlussdienst hatte, war noch da, um aufzuräumen. Und tatsächlich hat sie was gehört. Sie hörte Frauenstimmen, sie hörte Schreien, es scheppert, es pumpert und kracht. Aber sie weiß erst gar nicht, wo das herkommt. Und erst nach einer Weile wird ihr klar, es kommt nicht aus dem Fenster, es kommt nicht von vor dem Laden, sondern es muss aus dem Nachbargeschäft kommen. Diese Frau sagt aus, sie hat gehört, wie jemand gesagt hat, nein, bitte macht das nicht. Sie hatte gehört, wie eine andere Frauenstimme gesagt hätte, oh mein Gott, was mache ich da? Und wie gesagt, sonst jede Menge Geräusche, die sie nicht zuordnen konnte. Was sie nicht gehört hat, war Männerstimmen. Das war ein bisschen komisch, weil Britney ausgesagt hat, dass einer der Männer sie ständig angeschrien hätte und auch rassistisch beschimpft hätte. Und eigentlich hätte die Verkäuferin im Nebengeschäft das auch hören müssen, wenn sie die Frauen gehört hat. Hat sie aber nicht. Was hat die Verkäuferin getan? Nun, dieser Apple Store hat Sicherheitspersonal. Es gibt einen Wachmann, der dort immer anwesend ist und den hat sie geholt. Also der war wohl am Eingang und hat nichts gehört. Sie hat ihn dann dazu geholt und er hat sogar sein Ohr an die Band gelegt. Und das war klar, von dort kommt der Krach. Was macht man also, wenn man im Nebengeschäft jemanden schreien hört und stöhnen hört und verdächtige Geräusche hört? Genau, man klopft einmal fest gegen die Wand und das hat auch funktioniert, denn danach war es ruhig auf der anderen Seite. Das war jetzt gut genug für die beiden Mitarbeiter. Also weder haben sie die Polizei gerufen, noch sind sie nachschauen gegangen, was da passiert ist, sondern nun, es war ja jetzt ruhig, also Fall erledigt. Die Polizei steht nun vor einem Rätsel. Es gibt noch einen Obdachlosen, der kurzzeitig in Verdacht gerät, weil er mit blutigen Klamotten in einem Krankenhaus auftaucht, aber der wird schnell als Verdächtiger ausgeschlossen. Stattdessen stellen sich die Polizisten andere Fragen. Zum einen, was ich gerade schon erwähnt habe, warum hat die Verkäuferin im Apple Store nur Frauenstimmen gehört und keine Männerstimmen? Oder wo ist eigentlich Janas Auto? Sie hat das ja in zweiter Reihe vor dem Geschäft geparkt und dort ist es ganz offensichtlich nicht mehr. Abgeschleppt wurde es auch nicht. Die Polizei macht sich auf die Suche. Sie findet das Auto ein paar Blocks weiter geparkt und abgeschlossen. Natürlich wurde auch die Geschäftsführerin genauer befragt, was sie irgendwie sagen kann. Und dabei stellt sich heraus, dass diese Schuhe von Größe 48 Eigentüme von Lululemon sind. Sie sind eines von zwei Probierpaaren. Also Schuhe, die man anziehen kann, wenn man die tollen Leggings dort probiert, aber nicht das passende Schuhwerk anhat. Und dafür sind diese Schuhe eben da. Es gibt also ein kleineres Paar und es gibt diese 48er Schuhe, die einfach jedem passen. Ob das dann noch so aussieht, weiß ich nicht. Aber dafür sind diese Schuhe jedenfalls da. Warum hat also einer dieser Täter die Schuhe angezogen? Damit seine eigenen nicht schmutzig werden? Oder damit ihn seine Abdrücke nicht verraten? Und woher wusste er überhaupt von den Schuhen? Und es sind auch nicht nur die Schuhe. Denn alles, was die Täter verwendet haben, stammt original aus diesem Lululemon-Shop. Also das Werkzeug war aus dieser Werkzeugkiste, die in dem Shop steht. Sogar die Kabelbinder waren ein Teil davon. Brittany hatte zuerst ausgesagt, der hat sie aus dem Rucksack geholt, diese Kabelbinder. War sich dann aber auch nicht mehr sicher. Und letztendlich sind es genau die gleichen Kabelbinder, die eben auch dort in der Werkzeugkiste waren. Ja, offensichtlich haben die Täter also den Plan gefasst, diesen Lululemon-Store zu überfallen, auszurauben. Aber sie haben nichts mitgebracht. Also keine Brechstange, kein Werkzeug, gar nichts. Ja, und dann ist da noch diese Tatsache, bei der es bei den meisten von euch wahrscheinlich schon ziemlich am Anfang Klick gemacht hat. Warum wurde Jaina brutal mit über 300 Schlägen und Schnitten und Stichen brutalst getötet, während Brittany mit ein paar oberflächlichen Schnittwunden davon kam? Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Die Ermittler überprüfen Brittany Norwood nun genauer und sie müssen feststellen, dass sie kein unbeschriebenes Blatt ist. Im Gegenteil, sie hat offenbar eine chronische Vergangenheit als Diebin. Schon als Teenager hatte sie Schwierigkeiten in eben dieser Fußballmannschaft, die sie deswegen auch verlassen hat. Allerdings wurde sie da nicht angezeigt, sondern sie hat halt ihren Fehler eingestanden. Also sie hat da immer wieder was geklaut, Sachen, die sie nicht gebraucht hat. Irgendwo einen Lippenstift oder ein bisschen Geld, das rumlag oder was auch immer. Brittany stammt zwar aus einer großen Familie und wahrscheinlich hat man jetzt auch ein paar Vorurteile, weil schwarze Familie, aber dem ist nicht so. Die Familie ist nicht arm in dem Sinne. Das ist obere Mittelschicht. Die können sich sehr wohl was leisten. Und Brittany hat es ganz sicher nicht nötig, irgendwo einen Lippenstift oder andere Sachen zu klauen. Die Teamkameradinnen haben ihr das zwar verziehen, aber naja, vergeben ist nicht vergessen. Die konnten dann halt auch nicht mehr mit ihr so unbefangen umgehen und das Verhältnis hat sich verschlechtert. Und schließlich ist Brittany von selbst aus der Mannschaft ausgeschieden. Brittany hat auch ihren letzten Job verloren, weil sie beim Stehlen erwischt worden war. Und interessanterweise war das auch ein Lululemon-Store, in dem sie da gearbeitet hat und wo sie rausgeflogen ist. Warum die sie in einem anderen Store wieder eingestellt haben, ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die aber auch gar nicht so wirklich viel mit sich miteinander zu tun und sind so franchise-mäßig oder so. Anders könnte ich mir das jetzt nicht erklären. Zu all diesen Diebstählen jedenfalls gibt es auch noch Stalking-Vorwürfe. Also ihr Ex-Freund hat Brittany schon mehrmals angezeigt. Es gibt gerichtliche Verfügungen, dass sie sich nicht nähern darf. Sie hat diese komplett ignoriert. Und mehr noch, ist sogar bei diesem Ex-Freund und seiner neuen Freundin eingebrochen und hat dort auch wiederum ein paar Sachen mitgehen lassen. All das wirft natürlich kein gutes Bild auf Brittany. Und als man Rachel dazu befragt, stellt sich heraus, dass sich tatsächlich schon Sachen ereignet haben. Es sind Sachen verschwunden, auch von Kolleginnen in diesem Geschäft. Und der Verdacht lag tatsächlich auch schon auf Brittany. Brittany und Jaina waren also definitiv keine Freundinnen. Jaina war ja auch ein bisschen höher im Rang in diesem Geschäft als Brittany, die ja erst seit sechs Wochen da war. Und in diesen Filialen gibt es offensichtlich, das scheint dort normal zu sein, einen Bag-Check. Das heißt, die Kolleginnen sind angehalten, gegenseitig ihre Taschen zu überprüfen, wenn jemand nach Hause geht, damit niemand etwas klauen kann. Und an diesem Tag hatte Jaina tatsächlich wohl beobachtet, wie Brittany eine Leggings in ihre Tasche gesteckt hat. Sie hat sie dann darauf angesprochen, also nicht, ich habe gesehen, dass du da was eingesteckt hast, sondern kann ich deine Tasche überprüfen. Also im Zuge dieser üblichen Überprüfungen. Und Brittany sagte darauf, nein, brauchst du nicht, weil das hat Kollegin XY schon erledigt. Jaina fragte diese Kollegin dann und die sagte so, nee, habe ich nicht. Und damit war es schon mal klar, dass sie gelogen hat. Das Ganze war also irgendwie auch schon bekannt und all diese Verdachtsfälle drumzu haben schon dazu geführt, dass man Brittany gesagt hat, wenn da noch einmal irgendwas vorfällt, dann fliegst du. Das Auto von Jaina wurde natürlich auch untersucht und es weist zahlreiche Blutflecken auf. Diese Blutflecken sind eindeutig von Jaina und Brittany. Die Ermittler gehen zuerst davon aus, dass einer der Verbrecher das Auto weggefahren hat. Und so haben sie das auch erwartet, dass Blut von beiden im Auto gefunden wird. Das ist also nicht so verwunderlich. Allerdings finden sie auch eine Baseballkappe, die innen am Rand Blut aufweist. Und zwar genau an der Stelle, an der Brittany's Kopfverletzung sich befindet. Wie also kommt diese Kappe ins Auto? Irgendwann kommen dann auch die Untersuchungsergebnisse aus dem Krankenhaus. Brittany wurde ja genau untersucht. Sie hat ja angegeben, vergewaltigt worden zu sein. Das wurde auch überprüft, aber man konnte einfach nichts finden, das darauf hinweisen würde, dass sie tatsächlich vergewaltigt worden ist. Das alles wirkt natürlich extrem verdächtig. Trotzdem haben die Beamten anfangs nur den Verdacht, dass Brittany vielleicht irgendwie beteiligt war. Das heißt, dass sie den Tätern Informationen gegeben hat und dass sie halt irgendwie geholfen hat. Aber je mehr sie erfahren, desto mehr ändert sich die Meinung. Kann es tatsächlich sein, dass gar niemand anders beteiligt war? Kann es sein, dass die Täter, die sie beschrieben hat, einfach nur erfunden war? Gibt es die gar nicht? Waren nur Brittany und Jaina in diesem Shop? Die Polizisten bitten also das zuständige Forensikteam, sich das ganze Beweismaterial nochmal neu anzusehen, einfach aus diesem anderen Blickwinkel. Und nun, dass sich der Fokus verschoben hat, verdichten sich die Beweise gegen Brittany. Zum Beispiel die Kabelbinder, mit denen Brittany gefesselt war, werden jetzt nochmal untersucht, unter dem Aspekt, ob sie die vielleicht selbst angebracht haben könnte. Die an den Füßen ergeben keinerlei Hinweise, allerdings an den Händen sehr wohl, denn man sieht, da sind Zahnabdrücke darauf. Und wie kann man seine Hände selber fesseln, indem man mit den Zähnen nachhilft, anders geht es nicht. Und auch diese blutigen Fußspuren werden nochmal überprüft. Und wie zu erwarten ist, überlagern diese sich auch öfter. Aber was sich nun zeigt, ist, keiner von den kleineren Abdrücken ist über den größeren. Das heißt, die kleineren Abdrücke wurden alle zuerst gemacht und dann ist jemand mit den größeren Schuhen drüber gelaufen. Hätten sich diese Personen gleichzeitig in dem Raum bewegt, dann wäre es mal so und mal so gewesen. Außerdem wird das Blut nochmal untersucht. Und zwar das Blut, das sich rund um Brittany im Badezimmer befand. Denn es hat sich herausgestellt, die Schnittwunden und die ganzen Wunden waren nur sehr oberflächlich. Die haben alle nicht so geblutet, woher kommt also das ganze Blut. Und es stellt sich heraus, dass ein Großteil dieses Blutes, das sich da in dem Badezimmer befindet, gar nicht von Brittany ist, sondern von Jaina. Das erklärt auch eine Menge Papierhandtücher, die gefunden wurden. Denn möglicherweise hat Brittany die benutzt, um das Blut rund um Jaina aufzunehmen und im Badezimmer, wo sie dann gefunden wurde, zu platzieren. Und zudem weisen viele der Verletzungen, die Brittany hat, also der Schnittwunden, einfach den falschen Winkel auf. Das heißt, Schnitte, die man sich selbst beibringt, haben einfach einen anderen Winkel, als wenn jemand anders einen schneidet. All diese Ergebnisse der Ermittlungen werden Brittany allerdings nicht mitgeteilt. Trotzdem spürt diese aber wohl irgendwie, dass man ihr nicht vollständig glaubt. Und so meldet sie sich bei der Polizei und ändert einen Teil der Geschichte. Nicht unbedingt zum Glaubwürdigeren. Und genau das hätte sie getan. Also sie hätte zu viel Angst gehabt, um die Polizei zu rufen, irgendjemandem Bescheid zu sagen oder einfach wegzufahren. Nun ja, die Polizisten glauben ihr kein Wort. Stattdessen konfrontieren sie sie nun mit all den Beweisen und all den Unstimmigkeiten und mit all ihren Vermutungen. Und Brittany macht zu. Sie sagt gar nichts mehr. Sie fragt, ob sie nach Hause gehen kann. Das wollen die Beamten natürlich nicht, dass sie das tut. Und so holen sie Britneys Familie ins Boot. Wie es genau dazu kommt, weiß ich nicht. Aber ihre Schwester, also eine ihrer Schwestern und einer ihrer Brüder, sind dann auf dem Polizeirevier und werden mit in den Befragungsraum genommen. Die Polizei hofft einfach, dass Brittany das dazu bewegt, zu gestehen. Das tut sie allerdings nicht. Sie leugnet weiterhin alles. Die Beamten lassen sie mit ihrem Bruder dann alleine im Verhörzimmer, in der Hoffnung, dass da irgendwie noch was zu erfahren ist. Und natürlich gibt es da Überwachungskameras und der Raum wird abgehört. Aber als der Bruder dann Brittany fragt, ob sie es getan hat, auch als er sagt, ich sage es nicht jetzt der Polizei, aber ich muss wissen, ob du es getan hast. Da gibt sie erst keine Antwort oder leugnet oder so. Und als er mehrmals nachfragt, sagt sie dann, dass sie hier nicht darüber reden möchte. Und den Ermittlern, die draußen zuhören, denen genügt diese Aussage. Ich wundere mich zwar ein bisschen, dass das wirklich beweiskräftig sein soll, aber anscheinend, ihr Verdacht ist nun endgültig bestätigt und jedenfalls wird Brittany festgenommen. Letztendlich äußert sich Brittany Norwood allerdings kaum zu den Vorfällen. Sie macht keine Angaben und sie sagt auch nicht, warum sie das getan hat. Ich glaube, sie leugnet auch weiterhin und bekennt sich nicht schuldig. Das Motiv, das allgemein vermutet wird, ist eben diese gestohlene Leggings und dass sie Angst hatte, aufzufliegen, eine Anzeige zu kriegen. Sie sollte auch kurz danach, also ein paar Tage danach, ein Vorstellungsgespräch haben bei einem Fitnesscenter, wo sie als Fitnesstrainerin anfangen wollte. Und vielleicht hatte sie Angst, wenn das auffliegt. Es war aber definitiv ein totaler Overkill. Sie hat da, weiß ich nicht, über 300 Mal zugeschlagen oder zugestochen. Also da muss schon jede Menge Hass dahinter gewesen sein. Das war jetzt nicht nur, ach, ich möchte einen Diebstahl vertuschen. Also wer weiß, was da alles noch dahinter gesteckt hat. Das nutzt auch ihr Anwalt aus. Er versucht, sie als unzurechnungsfähig darzustellen. Denn es gibt, glaube ich, kein Gutachten, sondern nur die Argumentation, dass ein normaler Mensch sowas einfach nicht getan hätte. Vielleicht hat er damit ja auch recht. Im Januar 2012 letztendlich wird Brittany Norwood von einer Jury für schuldig befunden. Diese Jury berät nicht mal eine Stunde. Also der Fall ist sehr klar. Und sie erhält lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung. Und damit endet letztendlich diese Geschichte. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr? Was hat diesen totalen Overkill ausgelöst? Warum um alles in der Welt war sie so wütend auch? Oder hat sie einfach so lange gebraucht, bis sie es geschafft hat, Jaina tatsächlich zu töten? Denn der Gerichtsmediziner hat ja festgestellt, der Kampf dauerte 17 Minuten und sie war bis zum Ende am Leben. Also nicht unbedingt bei Bewusstsein, aber am Leben. Hat sie einfach so lange gebraucht, bis sie sie tot gekriegt hat? Oder war sie einfach so wütend und keine Ahnung? Was ging in dieser jungen Frau vor? Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Dann sage ich mir gerne deine Meinung in den Kommentaren. Vielen, vielen lieben Dank für all eure netten Kommentare, die ihr mir schreibt. Das freut mich wirklich total. Und bitte macht weiter so, dann mache auch ich weiter so. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal zur nächsten True Crime Time Story. Bis dann. Ciao. Copyright Untertitel.